Tag Leute, einfach mal eine kleine Anmerkung, solange bei meinem zuletzt hochgeladenen Video kein Aufruf ist, werde ich nichts anderes mehr hochlagen. Das heißt, ich möchte bei jedem Video, was ich hochlade, einen Aufruf haben, sonst kommt gar nichts mehr. Habt ihr verstanden? Damit es jetzt mal klar ist, weil ihr solltet euch auch daran gewöhnen, dass ich auch Projekte mache, die euch vielleicht nicht so interessieren. Wenn mir das Spiel Spaß macht und ich dazu gute Kommentare gebe, dann mache ich das Spiel. Und wenn ihr euch damit nicht abfinden könnt, dann klickt bei meinem Kanal oben auf den Abonnieren-Häkchen und klickt auf Abo beenden, weil dann habe ich es echt nicht nötig, wenn ihr meine Videos nicht guckt und nur die Projekte guckt wie Pokémon Weiß und so weiter. Darauf habe ich bestimmt auch keinen Bock mehr, weil das ist... will ich nicht mehr. Ich werde zwar jetzt noch ein fairen Projekt starten, was ich in der nächsten Woche durchsuchte, aber trotzdem, ich möchte einen Aufruf haben bei Golden Sun, bei jedem Video, sonst kommt einfach nichts mehr. Kraft's einfach, okay? Danke fürs Zuhören, adio.